Hallo und herzlich willkommen hier auf Murelder.de. In diesem Physikvideo möchte ich euch ein bisschen über den Aufbau von Atomen und die verschiedenen radioaktiven Strahlen informieren. Ihr habt vielleicht solche Schreibweise schon gesehen, das ist ein Buchstaben, meine sind auch zwei Buchstaben und zwei Zahlen, aber die 225 und die 92, die unterscheiden sich auch immer gewaltig. Was bedeutet das Ganze? Ihr habt das vielleicht in der Physik, vielleicht auch in der Chemie kennengelernt. Es kommt vor allem vor, wenn ihr euch ein Periodensystem anschaut und dann steht bei diesem U auch immer nebendran schon direkt Uran. Also dieser große Buchstabe ist einfach nur ein Symbol dafür, um welcher Substanz es sich eigentlich hier handelt. Also zum Beispiel U für Uran, S für Schwefel, C für Kohlenstoff, Hg für Quecksilber. Das ist nicht immer für uns sofort eingesehbar, was man damit genau meint, weil es oftmals aus dem Lateinischen kommt. Zum Beispiel Eisen, Fe für Ferrum, was aus dem Lateinischen auch wiederum stammt. Also das heißt einfach nur, dass es Uran ist. Wenn man nicht immer Uran steigen muss, kürzt man das mit dem U ab. So, die anderen zwei Dinge haben mit dem Atomaufbau zu tun, also aus was das Atom genau besteht. Und dazu überlegen wir uns erstmal Stück für Stück, wie so ein Atom eigentlich aussieht. Ein Atom hat einen Atomkern und außenrum eine Hülle, die Elektronenhülle. Und damit euch das ein bisschen klarer wird, wie deutlich die Größenunterschiede davon sind, der Atomkern hat einen Durchmesser von 10 hoch minus 12 Millimeter. Das heißt, 1 durch eine 10 mit 12 Nullen, wenn man es als Bruch schreiben würde, Millimeter. Das ist winzigst. Das ist der Atomkern. Und die Elektronenhülle, die außenrum ist, die hat einen Durchmesser von 10 hoch minus 7. Das ist zwar auch noch sehr winzig, aber ihr seht im Verhältnis hier 10 hoch minus 12, 10 hoch minus 7. Das heißt, die Zahl hat tatsächlich 5 Nullen weniger. Das heißt, um den Faktor 1 mit 5 Nullen, also um 100.000, ist tatsächlich der Atomkern kleiner als die Atomhülle. Das heißt, der Atomkern ist auch im Verhältnis zur Elektronenhülle winzigst. Da ist sehr, sehr viel Platz in Relationen dazwischen. Wenn wir uns das jetzt genauer anschauen, zum Beispiel zuerst mal den Atomkern, dann hat der Atomkern sowohl positiv geladene Teilchen, die nennen wir Protonen, die haben die gleiche Ladung wie ein Elektron, nur mit umgekehrten Vorteil. Das heißt, ein Elektron und ein Proton neutralisieren sich gegenseitig. Und man sagt dann, ein Atomkern hat Z, das ist eine Anzahl Protonen. Protonen haben die gleiche Ladung wie Elektronen, aber es sind 2.000 Mal so schwer. Das heißt, die Masse ist unterschiedlich, um das 2.000-fache. Ich brauche 2.000 Elektronen, um ein Proton vom Gewicht her zu haben, aber die Ladung ist direkt gleich. Nur mit gegenseitigem Vorsitz. Und zu den Protonen hat man im Atomkern Neutronen. Neutronen sind vollkommen neutral, haben das gleiche Gewicht etwa wie ein Proton und bilden zusammen den Atomkern. Die sorgen dafür, dass die Protonen zusammenbleiben, weil eigentlich Protonen haben alle die gleiche Ladung, die müssten sich ja praktisch abstoßen. Trotzdem sind sie auf einem sehr, sehr kleinen Gebiet in dem Atomkern vereint. Das heißt, die Neutronen binden die Protonen zusammen sozusagen. Und n ist einfach die Anzahl der Neutronen. Wenn man Neutronen und Protonen zusammenzählt, dann also n plus z, das nennt man jetzt a, dann sagt man, dass ich die Nukleonenzahl. Nukleonen sind einfach die Teilchen in einem Atom, die man in dem Kern findet. Also Protonen und Neutronen. Wir haben gesagt, die sind alle gleich schwer. Das heißt, auch das ist zweitensmal so schwer wie ein Elektron. Ihr seht also, das ist alles, was in einem Atomkern ist. Trotzdem ist es so gut wie die ganze Masse im Atomkern. Obwohl es ein sehr, sehr kleines Volumen ist, wo der Atomkern sich befindet. In einem ganz kleinen Teil vom Atom befindet sich fast alle Masse, aber nicht die ganze Ladung. So, was bedeuten diese a und dieses z? Nun, das a ist einfach diese Zahl hier oben, diese 235. Also Uran in unserem Fall hier hat 235 Nukleonen, also sowohl Protonen als auch Neutronen fallen drunter. So, und diese 92, das ist einfach die Zahl der Protonen. Also das, was wir z genannt haben. Diese 92 hat noch ein anderes Bewandnis. Wenn ihr euch das Periodensystem der Elemente anschaut, werdet ihr feststellen, dass die von links nach rechts und dann von oben nach unten steigend nach der Protonenanzahl sortiert sind. Der Chemiker nennt sowas dann die Ordnungszahl. Die Ordnungszahl ist nichts anderes als die Anzahl der Protonen im Kern eines Elementes. Also diese 92. Das heißt, eine 92 Stelle im Periodensystem wird jetzt ihr Uran finden. Hier oben die 235. Warum muss man die hinschreiben? Nun, es ist so, es gibt sowas, das nennt sich Isotope. Das heißt, Uran ist nicht gleich Uran. Es gibt verschiedene Arten davon und das unterscheidet sich dann einfach an der Anzahl der Neutronen. Das heißt, da sind dann also 92 Protonen heißt, es ist auf jeden Fall Uran. Aber es könnte sein, dass ein Neutron mehr oder weniger da drin ist. Da würde hier also 244 oder 236 stehen. Das wäre ein anderes Isotop von Uran. Ja, soviel mal zur Atomhülle, äh zum Atomkern, nun zur Atomhülle. Die Atomhülle sind alles Elektronen. Da ein Atom an sich immer neutral ist, müssen wir, wenn wir z Protonen haben, auch z Elektronen im Atom vorfinden. Das heißt, wir haben immer gleich viele Protonen wie Elektronen, die schwirren um den Atomkern ab und eben hier mit diesem Durchmesser und sie neutralisieren das Atom. Wenn ich jetzt ein Elektron mehr in die Atomhülle stopfe oder eins rausnehme, dann habe ich ein ionisiertes Atom. Dann ist das Atom geladen, positiv oder negativ, je nachdem, wie ich es gemacht habe. Nun noch einen kurzen Überblick zur radioaktiven Strahlung. Es gibt davon drei Typen, Alpha-, Beta- und Gammastrahlung. Die sind unterschiedlich gefährlich und unterschiedlich stark. Die Alpha-Strahlung, das ist einfach ein Heliumkern und jetzt Helium hat zwei Protonen und zwei Neutronen, also vier zwei Helium. He ist das Kennzeichen für Helium. Und das sind einfach Teilchen, die jetzt durch die Gegend fliegen und das nennt man diese Alpha-Strahlung. Also ein Atom ist dann radioaktiv, wenn es Heliumkerne wegschießt. Nun, diese Heliumkerne, die werden sehr, sehr leicht aufgehalten. Also vor Alpha-Strahlung kann man sich tatsächlich schon ein Stück Papier schützen. Das heißt, davor ist man im Großen und Ganzen geschützt. Selbst die Lamotten, die ich anhabe, wird schon ein Großteil meines Körpers davor schützen. Die kommt auch nicht arg weit. Es gibt was gefährlicheres, das ist die Beta-Strahlung. Die Beta-Strahlung ist einfach eine Strahlung von Elektronen. Elektronen. Also hier werden einfach Elektronen in der Gegend herumgeschossen, wie vor Heliumkerne. Das ist schon ein bisschen gefährlicher. Davor kann man sich aber auch noch recht gut schützen. Man braucht nur etwas so 5 Millimeter Aluminium in etwa schützen ein. Oder wenn man ein Festrissmetall hat, wie Blei, reicht schon weniger. Und dann gibt es die gefährlichste Art, das ist die Gammastrahlung. Und die Gammastrahlung ist so ähnlich wie Licht- oder Röntgenstrahlung. Eine Energiestrahlung. Also ähnlich wie Licht. Licht oder Röntgen. Hier wird es dann schon gefährlicher. Hier braucht ihr wirklich schon sehr, sehr dicke Bleiplatten, um die Strahlung einigermaßen abzuschwächen, damit es euch nicht mehr schaden kann. Wenn ein Stoff radioaktiv strahlt, dann baut er sich ab. Das heißt, von diesem Element verschwindet mit der Zeit eine Menge. Wenn ich also ein Kilo Uran habe und es radioaktiv strahlt, dann wird es mit der Zeit weniger. Und das nennt man dann eine Halbwertszeit. Und die Halbwertszeit soll einfach charakterisieren, wann etwa nur noch die Hälfte einer radioaktiven Substanz da ist. Das gibt man an, weil die eigentlich für das Element sehr, sehr typisch ist. So, das war eine kleine kurze Einführung. Schaut doch mal wieder bei uns auf der Homepage vorbei oder verfolgt uns auf sonstigen Kanälen im Internet. Dankeschön.